Manchmal ist die Weltgeschichte nicht ohne absurden Witz. Erinnern wir uns an Friedrich III., wie er von den Ungarn aus Wien vertrieben, im Exil saß und beharrlich vor sich hin buchstabierte A-E-I-O-U. Alles erdreich ist Österreich untertan. Austria est imperare orbi universo. Und doch, nach drei Generationen war es fast zu weit. Friedrichs Sohn Maximilian erheiratete das burgundische Erbe Karls des Kühnen. Dessen Sohn wiederum, Philipp mit dem Beinamen der Schöne, heiratete die Erbin der kurz vorher ebenfalls durch eine Heirat vereinigten iberischen Königreiche Kastilien und Aragon, Johanna die Wahnsinnige. Damals kam eine andere Devise auf, ein klassischer Pentameter, Bela Gerand Ali'i, tu Felix Austrian Nube. Mögen andere Kriege führen, du glückliches Österreich, heirate. Philipp der Schöne starb mit 28 Jahren, 1506. Johanna verdämmerte den größten Teil ihres langen Lebens ab 1507 als Geisteskranke. Aber vorher hatten die beiden miteinander drei Töchter und zwei Söhne. Der ältere von diesen beiden, Karl, als Kaiser, später Karl V., als König von Spanien, Carlos I., war der, von dem man sagte in seinem Reich, gehe die Sonne nicht unter. Das war übertrieben. Man hatte damals noch keine Vorstellung von der Weite des Pazifischen Ozeans, glaubte immer noch, jenseits des Atlantiks müsse irgendwo Indien liegen. Es war auch nicht der Orbis Universus, alles Erdreich. Aber es war doch ein Herrschaftsbereich von nie dagewesener Ausdehnung, Vielgestalt, immensem Reichtum. 1500 geboren, erbte Karl als Sechsjähriger nach dem Tod seines Vaters die burgundischen Länder. 1516 dann Spanien mit allen seinen Kolonien, von deren Ausdehnung sich die Menschen in Europa noch keinen genauen Begriff machen konnten, aber auch Sizilien und ganz unter Italien mit Neapel gehörten zum aragonesischen Erbe. 1519 schließlich, als Maximilian I. starb, erbte Karl Österreich und alle anderen habsburgischen Besitzungen in Deutschland und wurde zum römisch-deutschen Kaiser gewählt. Konkurrenten um den Kaisertron waren zwei Könige und ein Kurfürst, Franz I. von Frankreich, Heinrich VIII. von England und Friedrich der Weise von Sachsen. Die Wahl wurde entschieden durch eine vom Bankhaus Fugger finanzierte Handsalbe an die Kurfürsten, 850.000 Gulden. Karls Wahl erfolgte schließlich einstimmig. Für die Öffentlichkeit argumentierte die habsburgische Propaganda mit dem edlen deutschen Blut des jungen Kandidaten, obwohl Karl noch gar kein Deutsch sprach. Er war in Brüssel und Mecheln in den Niederlanden aufgewachsen, unter der Obhut seiner Tante Margarete von Österreich, der vom Kaiser eingesetzten Stadthalterin, die auch als sein Vormund fungierte. Seine Erzieher waren Burgunder, seine Sprache französisch. Das Deutsche hat er nie ganz richtig erlernt. Seine Mutter, die in einem Schloss in Spanien dahin lebte, sah er erst als 17-Jähriger wieder. Es ist nicht bekannt, was er mit der Geisteskranken geredet hat, ob er überhaupt mit ihr reden konnte. Liegt es an dieser Jugend, die er praktisch als Weise verbringen musste, oder kam ihm früh zu Bewusstsein, wie übermenschlich die Aufgabe war, die ihm gestellt wurde, die er sich selbst stellte. Um diesen Kaiser, diesen Herrscher, scheint immer ein Hauch von Schwermut zu liegen, von Einsamkeit und Kälte. Von keinem anderen Kaiser haben wir so meisterhafte, psychologisch tiefgründige Porträts wie die, die Tizian von Karl V. gemalt hat. Auf all diesen Bildern, bis auf einen, ist er allein. Er soll ungern geredet und viel geschwiegen haben. Wichtige Entschlüsse formulierte er meist schriftlich und zwar eigenhändig, allein in seinem Zimmer, oft in der Stille der Nacht. Natürlich ging es bei seinen öffentlichen Auftritten nicht ohne Pomp und Aufwand ab, aber seine bevorzugte Tracht war schwarz oder von eher schlichter Eleganz. Kann man die von Karl V. beherrschte Ländermasse überhaupt als ein Reich bezeichnen? Sie war eher ein Konglomerat von Ländern, staatlichen oder staatsähnlichen Gebilden, sehr unterschiedlich, was ihre politische Verfasstheit, ihren wirtschaftlichen Entwicklungsstand anging, das Klima, die Lebensbedingungen und die Mentalitäten ihrer Völker. Konnte ein Einzelner ein so riesiges, in sich selbst so uneinheitliches Gebiet regieren? Karl setzte für einzelne Teile Stellvertreter ein. Für die Niederlande seine Tante Margarete, die dieses Amt schon während seiner Minderjährigkeit ausgeübt hatte, dann aber zurückgetreten war. Augenscheinlich nahm sie es ihm nicht übel, dass er als 15-Jähriger geglaubt hatte, ohne sie auskommen zu können. Sie muss eine ungemein kluge Frau gewesen sein. Unter ihr und nach ihrem Tod 1530 unter Karls Schwester Maria erlebten die Niederländer eine Zeit wirtschaftlicher Blüte, klug und zurückhaltend ausgeübter Macht. Für Österreich, die anderen habsburgischen Besitzungen in Deutschland und für seine Funktionen im römisch-deutschen Reich setzte Karl seinen Bruder als Stadthalter ein, Ferdinand I. Der war in Spanien aufgewachsen und von seinem Großvater mütterlicherseits, Ferdinand V. von Spanien, als Erbe dieses Königreichs vorgesehen gewesen. Karl bestand aber auf seinem Recht als Erstgeborener, ließ sich 1517 noch in Brüssel zum König von Spanien ausrufen und reiste dann erst in sein neues Reich. 1521 trat er die österreichischen Erblande definitiv an Ferdinand ab. 1530 setzte er dessen Wahl zum römischen König durch. Wieder gewährte das Haus Fugger Kredite, um den Kurfürsten bei der Meinungsbildung behilflich zu sein. Das hieß, dass Ferdinand und nicht etwa Karls Sohn Philipp sein Nachfolger auf dem Kaisertron werden sollte. Eine einmalige, absolut unübliche Regelung der Erbfolge. Ferdinand sollte auch, stellvertretend für Karl, den Vorsitz im Reichsregiment führen, jenem Regierungsorgan, das durch die Reform von 1495 eingeführt worden war und das Karl freilich vergeblich benutzen wollte, um den kaiserlichen Einfluss im Reich zu verstärken. Ferdinand scheint ihm nicht nachgetragen zu haben, dass er ihm Spanien weggenommen und ihn dafür mit viel schwierigeren und unergiebigeren Aufgaben in Deutschland betraut hatte. Er blieb immer ein zuverlässiger und loyaler Sachwalter des Kaisers. Auch er sprach ursprünglich kein Deutsch. Aber er scheint nicht nur die Sprache bereitwilliger erlernt, sondern sich überhaupt wendiger und pragmatischer in die komplizierten deutschen Verhältnisse eingelebt zu haben. Verheiratet war Ferdinand mit der Jagiellonen Anna von Ungarn und Böhmen. Als deren Bruder Ludwig 1526 bei Mohac eine verheerende Niederlage gegen die Türken erlitt und dabei den Tod fand, fiel das Erbe an sie, beziehungsweise ihren Mann. Dies ist das Gründungsdatum der späteren Donaumonarchie, auch wenn Ungarn jetzt fast zur Gänze in türkischer Hand war und dem Habsburger nur ein schmaler Streifen im Westen und Norden des Landes verblieb. Karlsreich, nennen wir es der Einfachheit halber so, war also trotz seiner Größe von außen bedroht. 1529 standen die Türken zum ersten Mal vor Wien. Sie zogen nach langwieriger Belagerung und hartnäckiger Verteidigung wieder ab. Nicht, weil sie militärisch geschlagen worden wären, sondern weil es, nachdem die Umgebung ausgeplündert und niedergebrannt war, schwierig wurde, das Heer von etwa 250.000 Mann zu versorgen und weil unter den Belagerern Seuchen ausbrachen. Sie ließen Terror und Verwüstung zurück. Dieser erste Türkenkrieg der Habsburger zog sich, mit Unterbrechungen durch Waffenstillstände, über 40 Jahre hin, weit über die Lebenszeit Karls, Ferdinands und auch des Sultans Soliman des Prächtigen hinaus, ohne dass sich an dem Besitzstand Entscheidendes änderte. Im größten Teil Ungarns herrschte ein von den Türken intronisierter Gegenkönig, ebenso in Siebenbürgen. Dort wurde eine Chance für die Befreiung von der Türkenherrschaft 1551 vertan, weil die Österreicher anhuben, die Gegenreformation im Lande so grausam durchzuführen, dass die Siebenbürger, mitsamt der seit dem 13. Jahrhundert dort ansässigen deutschsprachigen Minderheit, es vorzogen, sich wieder unter türkische Oberhoheit zu begeben. Um eine Atempause in dem Ringen zu erlangen, musste sich Ferdinand zeitweilig bereit finden, jährlich 30.000 Gulden an den Sultan zu zahlen. Karl V. überließ diese Front im Südosten seinen Brudern. Er selbst kämpfte am anderen Ende Europas, im westlichen Mittelmeer und an der Nordküste Afrikas gegen die türkischen Flotten und vor allem gegen die von den Türken unterstützten Korsaren, Seeräuber wie den berüchtigten, zum Islam bekehrten Christen Chayreddin Barbarossa, die die Küsten Italiens und Spaniens heimsuchten. Dabei hatte er Erfolge und Misserfolge. 1534 gelang es ihm, Tunis zu erobern, wofür er als Türkensieger gefeiert wurde. Ein lange geplanter Angriff auf Algier dagegen endete im Herbst 1541 in einer Sturmkatastrophe. 150 Schiffe gingen verloren, die bereits gelandeten Teile des Heeres konnten mit knapper Not evakuiert und nach Italien verschifft werden. Auch andere Seegefechte brachten halbe oder ganze Niederlagen ein. Jedenfalls blieb die Gefahr einer weiteren türkischen Expansion im Mittelmeer wie auf dem Balkan bestehen, stand als Drohung während der ganzen Regierungszeit Karls im Hintergrund, überschattete alle anderen Unternehmungen. Das muss man im Bewusstsein behalten, wenn man verstehen will, was in Deutschland und im Rest Europas vor sich ging. Die Türken waren ja nicht der einzige äußere Feind. Schon zur Zeit Maximilians I. war der französische König Karl VIII. in Italien eingefallen, hatte das Machtvakuum ausgenutzt, das dort seit Ende der Stauferzeit und besonders seit der lethargischen Herrschaft Friedrichs III. herrschte, hatte als Erbe der Anjus das Königreich Neapel für sich beansprucht, es erobert und sich dort zum König krönen lassen. Ein Bündnis zwischen Kastilien, Aragon, dem Papst, England, Venedig, Mailand und dem Kaiser hatte ihn zum Rückzug gezwungen. Dabei soll Kaiser Maximilian zum ersten Mal von einer Erbfeindschaft gesprochen haben. Gemeint war wahrscheinlich nicht die Feindschaft zwischen den Völkern, sondern die zwischen den Dynastien Habsburg und Valois. Immerhin, wir haben hier, wie auch bei den Humanisten der damaligen Zeit, plötzlich so etwas wie einen Appell an das Nationalgefühl, fast schon einen Ausrutscher in emotionalen Nationalismus. Jetzt stieß König Franz I. Karls Gegenkandidat bei der Kaiserwahl erneut nach Italien vor. Karl V. seinerseits, für den die Niederlande und Burgund seine eigentliche Heimat bedeuteten, konnte es nie ganz verwinden, dass das Erbe Karls des Kühnen nur unvollständig, vermindert um das französische Herzogtum Burgund, an ihn gekommen war. Und sein Großkanzler und engster Berater, Mercurino Gattinara, ein Lombarde, predigte ihm in zahlreichen Denkschriften einen Gedanken, den Karl nie ausdrücklich aufgriff, der ihn aber doch beeinflusst haben dürfte. Die Errichtung eines Universalreiches, einer Weltmonarchie, deren Schwerpunkt im Mittelmeerraum mit dem Zentrum in Oberitalien liegen sollte. Man kann solche Pläne und man kann die damalige Situation in Europa auch mit anderen Augen sehen, zum Beispiel mit denen Franz I., König von Frankreich. Wenn in Spanien wie in Deutschland, in Unteritalien wie in der Lombardei das Haus Habsburg herrschte oder jedenfalls entscheidenden Einfluss hatte, dann war Frankreich eingekreist, war in Gefahr vereinnahmt zu werden oder in Abhängigkeit zu geraten. Ebenso konnte sich der Papst fragen, was denn aus dem Kirchenstaat werden sollte, wenn sowohl ober- wie auch unteritalien habsburgisch war. Andererseits brauchte der Papst den Kaiser als Schutz vor dem vordringenden Islam. Deshalb sehen wir, dass die Päpste, je nachdem welcher Gesichtspunkt einzeln von ihnen als der Gewichtigere erschien, einmal die und einmal die andere Partei ergriffen. Das Gleiche gilt für die Republik Venedig, die in dieser Zeit ihren Besitzstand im östlichen Mittelmeer und an der dalmatinischen Küste durch die Türken gefährdet zieht, andererseits eine habsburgische Übermacht in ihrem Hinterland fürchten muss. Wir wollen und können nicht alle Kämpfe, Siege, Niederlagen der einen oder der anderen Seite aufzählen, nicht alle Bündnisse, Gegenbündnisse, Front wechseln. Im Ganzen kann man sagen, dass Karl V. in Italien erfolgreich war. Es gelang ihm, Genua mit seiner mächtigen Flotte auf seine Seite zu bringen, sich in Mailand mit der eisernen Krone der Lombarden in Bologna 1530 zum Kaiser krönen zu lassen. Dies war die letzte Kaiserkrönung, die ein Papst vornahm. Schließlich konnte Karl anschließend an lange Auseinandersetzungen nach dem Aussterben der regierenden Familie Sforza das Herzogtum Mailand ganz wie ein hochmittelalterlicher Kaiser einziehen und dem spanischen Erbe seines Sohnes Philipp zuschlagen. Bis 1714 blieb Mailand spanischer Besitz. Drei Daten, drei Ereignisse sollten aber doch erwähnt werden, weil sie sich der Zeit und auch der Erinnerung der Nachkommen eingeprägt haben. Am 24. Februar 1525, dem 25. Geburtstag des Kaisers, fügten seine Landsknechte mit den beiden Söldnerführern Georg von Frunsberg und verrannte Francesco Pescara als Befehlshabern den Franzosen vor Pavia eine vernichtende Niederlage zu, nahmen König Franz I. gefangen und verbrachten ihn nach Spanien, wo ihn Karl V. zwang oder erpresste, einen Friedensvertrag zu unterschreiben. Die Bedingungen dieses Friedens von Madrid braucht man sich nicht zu merken, weil Franz sich ohnehin nicht an ihn hielt. So wie er wieder frei und zurück in seinem Land war, schloss er in dem schon damals in Kennerkreisen beliebten Ort Cognac einen Bund mit allen, die sich wie er von der kaiserlichen Übermacht bedroht fühlen konnten. Dem Papst, Venedig, Florenz, den verbannten Meilander Sforza und sogar Heinrich VIII. von England. Das war der mit den vielen Frauen. So ging der Krieg in Italien weiter. Das führte dann 1527 zum Sacco di Roma, zur Plünderung von Rom. Karl V. nämlich hatte es, wozu die Habsburger neigten, versäumt, sein siegreiches Heer auch zu bezahlen. Die Landsknechte verlangten nun laut schreiend ihren Sold und führten sich dabei so auf, dass den alten Feldhauptmann Frunzberg, der sie zu beruhigen versuchte, der Schlag traf. Die Vorwürfe Luthers gegen den habsüchtigen Antichrist in Rom hatten ihren Weg auch ins Kaiserliche hergefunden und so gaben die Soldaten nicht dem Kaiser die Schuld an ihrer Notlage, sondern dem Papst. Führerlos, plündernd Brandschatzen zogen sie durch den Kirchenstaat, stürmten die Stadt Rom, raubten Kirchen und Privathäuser aus, vergewaltigten, brachten Priester, Nonnen, Schweizer Gardisten um, nahmen Geiseln, erpressten Lösegeld, setzten die Stadt in Brand. Der Papst hatte sich mit einer kleinen Schar Schweizer Gardisten in der Engelsburg verschanzt, wurde belagert und gefangen genommen. Er musste große Zugeständnisse und Versprechungen machen, bevor man ihn laufen ließ. Beim Herannahen französischer Truppen verzogen sich die Plünderer in Richtung Neapel. In das Entsetzen der Zeitgenossen mischte sich stellenweise Schadenfreude, auch Selbstkritik oder Bußgesinnung. Man sah barbarische Zeiten auferstehen, das Wüten der Gallier, der Karthager, der Vandalen und Goten, oder man erblickte in dem Söldnerhaufen eine Geißel Gottes, die die gerechte Strafe über die Hure Babylon gebracht, dem Papst vor Augen geführt hatte, wozu es kommen musste, wenn er sein geistliches Amt dazu missbrauchte, sich in weltliche Machtkämpfe zu verstricken. Nach dem Sacco di Roma folgt ein anderes Datum, das man als Versuch einer Antwort auf die Frage verstehen kann, die sich mancher hier vielleicht schon gestellt hat. Was soll eigentlich dieses ganze Hin und Her, diese Kämpfe, Siege und Niederlagen, dieser ungeheure Aufwand an Menschenleben und Vermögenswerten? Warum unterziehen sich Monarchen, die über blühende Länder herrschen könnten, den Strapazen und Frustrationen solcher Konflikte? Warum setzen sie sich nicht zusammen, wägen gegenseitig ihre Interessen ab und kommen zu einem Übereinkommen, legen Grenzen fest und halten sich in Zukunft daran? Eine solche Frage ist natürlich völlig anachronistisch. Die stellen wir heute, weil wir die Erfahrung von zwei mit industriellen Tötungsmethoden geführten Weltkriegen hinter uns und die Furcht vor einem atomaren Weltuntergang im Nacken haben. Damals, zu Beginn der Neuzeit, in der Epoche der sich formierenden Nationalstaaten und Großmächte, wäre es niemandem in den Sinn gekommen, einem Herrscher den Vorwurf zu machen, dass er versuchte, seinen Machtbereich auszuweiten oder ihn zumindest mit Waffengewalt abzusichern. Ruhm und Ehre erwart man sich im Krieg. Trotzdem ist auch dieser andere Versuch gemacht worden. Nein, nicht von Karl V. und Franz I., sondern von zwei Frauen. Was sie vereinbarten, ist dann auch als Damenfriede in die Geschichte eingegangen. Margarete von Österreich, wir erinnern uns Karls Tante und Pflegemutter, die Stadthalterin der Niederlande, und Franz' Mutter, Luise von Savoyen, kamen im Juli 1529 in der Stadt Combray zusammen. Augenscheinlich genossen die beiden Matronen so viel Autorität, dass weder der kaiserliche Neffe noch der königliche Sohn ihre Aktivitäten unterbinden konnte. Zumindest formell mussten sie das Ergebnis von vier Wochen Verhandlungen sogar anerkennen. Es war für Karl V. ungemein günstig. Er sollte seine Erwerbungen und Positionen in Italien behalten, aber auf das französische Herzogtum Burgund, die heutige Bourgogne, nicht die Niederlande und die Freigrafschaft Burgund, endgültig verzichten. Die Vernunft hätte also siegen können. Schade, dass die Männer sich an diesen Vertrag auf die Dauer doch nicht hielten. Wahrscheinlich hätte trotz all dieser dramatischen Ereignisse und trotz der Porträts von Titian die Mehrheit auch der gebildeten und historisch interessierten Deutschen von Karl V. ein ähnlich vages Bild wie von seinem Bruder Ferdinand oder dessen Sohn Maximilian II., wenn sich nicht eine Szene unserem Bewusstsein eingeprägt hätte, in der der Kaiser zunächst nur die Rolle des Stummen Gegenübers spielt. Da steht ein Mann in brauner Mönchskutte vor einer Versammlung von hochmögenden Herren unter Vorsitz des noch sehr jugendlichen Kaisers. Er hält eine längere Rede, die er mit den Worten beschließt, Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Das hat Dr. Martin Luther in Wirklichkeit nicht so gesagt. Die zwei kurzen Sätze Hier stehe ich, ich kann nicht anders hat sich ein fantasievoller, mit Sinn für Effekte begabter Zeitzeuge oder ein späterer Historiker oder Propagandist ausgedacht. Vielleicht sind sie ihm ja auch spontan eingefallen und da hat sie dann in den Schluss von Luthers Rede interpoliert. Weil denn eure allergnädigste Majestät und fürstlichen Gnaden eine einfache Antwort verlangen, will ich sie ohne Spitzfindigkeiten und unverfänglich erteilen. Nämlich so. Wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift oder mit offenbaren Vernunftgründen besiegt werde, so bleibe ich von den Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe, und mein Gewissen bleibt gefangen in Gottes Wort. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil es offenkundig ist, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben. Widerrufen kann und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Das ist, ins Deutsche übersetzt, der authentische Schluss der Rede, die Luther am 18. April 1521 vor dem Reichstag von Worms hielt. Schon vorher hatte er vor dem Kaiser erscheinen müssen. Es war ihm, wie jetzt wieder, nahegelegt worden, seine Schriften zu widerrufen, weil sie gegen die Lehre der katholischen Kirche verstießen. Er hatte sich zunächst Bedenkzeit erbeten. Ob er sich der Bedeutung dessen ganz bewusst war, was er da sagte? Dass er sein eigenes, persönliches Gewissen, sein Verständnis der Bibel und seine Vernunft über die Lehrmeinung, die Tradition, die Autorität einer Kirche stellte, die seit über tausend Jahren die Seelen der Menschen beherrschte? Es ist der Schritt in ein neues Zeitalter. Der Schritt, mit dem sich dieser in einer mittelalterlichen Frömmigkeit verwurzelte Kirchenmann frei macht von der schützenden oder auch bedrückenden Autorität des Kollektivs. Er kann wirklich nicht anders, als sein Gewissen und den Gott, an den er glaubt, als oberste Autorität anzuerkennen. Damit setzt er fort, was die Philosophen, die Humanisten, die wie der Entdecker der Antike vor ihm angedacht haben. Er ist zwar ein Gelehrter, aber kein Feingeist wie der große Erasmus von Rotterdam, die gekrönten Dichter Petrarca oder Konrad Zeltes, auch kein Freigeist wie die Italiener Pietro Arettino und Niccolò Machiavelli. Und doch spricht der Geist der Renaissance aus ihm, in einer etwas ungehobelt deutschen Form, aber genau in der Form, die zu seiner Zeit auch die breiten Massen im Lande verstehen konnten. Seine Zuhörer in Worms allerdings, die durchlauchtigsten Fürsten, gnädigsten Herren, vor allem aber der gnädigste Herr und Kaiser, die er zu Beginn seiner Rede um Gottes Barmherzigkeit willen gebeten hat, seine Sache in Gnaden anzuhören, verstanden ihn in ihrer Mehrheit nicht oder wollten ihn nicht verstehen. Das geht klar aus dem Brief, hervor den Karl V. noch in der Nacht darauf verfasste, also spürte er doch, wie dringend und gefährlich die Sache war. Allein, ohne jemanden zu Rate zu ziehen, auf Französisch, in der Sprache, die er beherrschte. Am nächsten Tag wurde er dem Reichstag im Urtext vorgelesen und ins Deutsche übersetzt. Ihr wisst, dass ich abstamme von den allerchristlichsten Kaisern der edlen deutschen Nation, von den katholischen Königen von Spanien, den Erzherzögen von Österreich, den Herzögen von Burgund, die alle bis zum Tode getreue Söhne der römischen Kirche gewesen sind, Verteidiger des katholischen Glaubens, der geheiligten Bräuche, Dekrete und Gewohnheiten des Gottesdienstes. So bin ich entschlossen, festzuhalten an allem, was seit dem Konstanzer Konzil geschehen ist. Denn es ist sicher, dass ein einzelner Bruder irrt, wenn er gegen die Meinung der ganzen Christenheit steht, da sonst die Christenheit tausend Jahre oder mehr geirrt haben müsste. Deshalb bin ich entschlossen, meine Königreiche und Herrschaften, Freunde, Leib und Blut, Leben und Seele einzusetzen. Denn das wäre eine Schande für uns und für euch, ihr Glieder der edlen deutschen Nation, wenn in unserer Zeit durch unsere Nachlässigkeit auch nur ein Schein der Heresie und Beeinträchtigung der christlichen Religion in die Herzen der Menschen einzöge. Nachdem wir gestern die Rede Luthers hier gehört haben, sage ich euch, dass ich bedauere, so lange gezögert zu haben, gegen ihn vorzugehen. Ich werde ihn nie wieder hören. Er habe sein Geleit. Aber ich werde ihn fortan als notorischen Ketzer betrachten und hoffe, dass ihr als gute Christen gleichfalls das eure tut. Karl geht überhaupt nicht auf irgendetwas ein, was Luther gesagt und geschrieben hatte. Nicht auf Luthers Leiden an den Missständen in der Kirche, seine Gewissensnöte, sein Ringen um einen gnädigen Gott. Schließlich ist Karl ja Kaiser und kein Theologe. Er beruft sich auf Herkommen und Autorität. An denen will er nicht rütteln lassen. Wenn die Kirche, wenn der Kaiser befiehlt, hat sich der Einzelmensch zu fügen, nicht nur in seinem Tun, auch in seinem Denken und in seinem Glauben. Wollte man Karls Text in vergröberter Form zusammenfassen, könnte man ihn auf den heute noch oft zitierten Spruch verkürzen, das war noch nie anders, das haben wir immer so gemacht, da könnte ja jeder kommen. Damit war der junge Kaiser nicht mehr auf der Höhe seiner Zeit. Luthers 95 Thesen, vier Jahre vorher veröffentlicht, selbstverständlich auf Latein, waren übersetzt, gedruckt und immer wieder nachgedruckt worden, hatten sich im ganzen deutschen Sprachraum und darüber hinaus in Europa verbreitet. In der Kirche hatten sie auch Empörung hervorgerufen. In weiteren Schriften, von dem Ablass und der Gnade, an den christlichen Adel deutscher Nation, von der Freiheit eines Christenmenschen, von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, hatte er seine Botschaft verdeutlicht und weitergeführt. Luther schrieb das, was die Menschen dachten oder doch wünschten, gedacht zu haben, wenn sie denn große Geister gewesen wären, wie er einer war. Und er schrieb es in ihrer Sprache, in einem Deutsch, das sie verstehen konnten. Wie war er dazu gekommen? Wir haben schon erwähnt, dass Luther, geboren 1483, der Sohn eines Bergmanns war, der es aufgrund eigener Initiative zu Wohlstand gebracht hatte, sodass er den jungen Martin zum Studium an die Universität Erfurt schicken konnte. Und zwar sollte er als Jurist Karriere machen, wie sich das auch heute noch manche sozialen Aufsteiger von ihren Söhnen wünschen. Aber als er die Artistenfakultät absolviert hatte und mit dem eigentlichen Studium beginnen sollte, hatte er ein existenzielles Erlebnis. Auf dem Rückweg vom Vaterhaus in Mansfeld nach Erfurt geriet er in ein verheerendes Gewitter. Ein Blitz schlug neben ihm ein und in seiner Todesangst tat er ein Gelübde. Heilige Anna, hilf! Ich will ein Mönch werden! Dem alten Hans Luther war das durchaus nicht recht. Er mochte die Pfaffen nicht. Aber der junge Mann setzte seinen Willen durch, trat 1505 ins Kloster der Augustiner Eremiten in Erfurt ein und begann mit dem Studium der Theologie. 1507 wurde er zum Priester geweiht und reiste 1510, oder vielmehr er wanderte, denn natürlich reiste er zu Fuß, In Angelegenheiten seines Ordens nach Rom las Fromm an jeder Station seiner Reise und in den wichtigsten römischen Kirchen die Messe und war entsetzt über das, was er in der ewigen Stadt sah. Über Priester und Mönche, die sich Konkubinen hielten oder Kortisanen frequentierten, vor allem aber über die gedankenlose und mechanische Art, wie in den Kirchen zelebriert wurde. Bis zu fünf Messen pro Priester und Stunde. Auf Knien stieg er die heilige Treppe zum Lateran hinauf und sprach auf jeder Stufe ein Vaterunser. Das sollte dem Seelenheil seines verstorbenen Großvaters dienen. Zum ersten Mal scheinen ihm Zweifel an einem Gnadenmittel der Kirche gekommen zu sein. 1512 promovierte Luther zum Doktor der Theologie und erhielt eine Professur für Bibelexegese an der Universität Wittenberg. Zusätzlich wurde er mit dem Predigeramt an der Stadtkirche betraut. Als Seelsorger machte er im Jahre 1517 eine Erfahrung, die ihn entsetzte. Anstatt bei ihm zu beichten, Reu und Leid zu erwecken und Buße zu tun, kauften sich seine Pfarrkinder ihre Ablässe von einem im Land umher vagierenden Dominikanermönch namens Johann Tetzel. Dem hatte Luthers Landesherr, der Kurfürst Friedrich der Weise, zwar Auftrittsverbot für sein Territorium erteilt, wegen seiner marktschreierischen Methoden, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt und wahrscheinlich auch, weil der Fürst die finanziellen Hintergründe durchschaute. Der Peterspfennig, den Tetzel für seine Ablässe einsammelte, diente vorgeblich zum Neubau des Petersdoms in Rom. In Wirklichkeit ging die Hälfte davon an den Kardinal Albrecht von Brandenburg, der damit einen Kredit verzinste und tilgte, den er beim Hause Fugger aufgenommen und mit dem er eine grandiose Anhäufung geistlicher Ämter erworben hatte. Er war Erzbischof von Magdeburg, Administrator des Bistums Halberstadt, Erzbischof und damit Kurfürst von Mainz. In Sachsen-Wittenberg durfte Tetzel seine Ablassbriefe nicht feilbieten, aber es war für die Menschen ein leichtes, über die Grenzen nach Anhalt oder Brandenburg zu gehen, wenn er dort sein Wesen trieb. Sobald sie gezahlt hatten und ein Stück Papier in der Hand hielten, meinten sie ihrer Sünden ledig zu sein. Man muss sich vorstellen, was das für einen frommen und gewissenhaften Geistlichen wie den Mönch Martin Luther bedeutete. Für ihn waren Sünde oder gar Todsünde nicht, wie für die meisten von uns, Begriffe von allenfalls symbolischer Bedeutung, sondern etwas höchst Konkretes, für das den Menschen im Jenseits konkrete Strafen erwarteten. Sich von der Last seiner Sünden befreien konnte er nur durch aufrichtige Reue und Buße, keinesfalls durch den Erwerb eines bedruckten Zettels. Was Tetzel, was der Kardinal Albrecht, was die Kirche hier tat, sie führten die Leute hinters Licht, machten sie Glauben, ihre Sünden seien vergeben und überantworteten sie in Wirklichkeit der ewigen Verdammnis. Dies war das eine, wahrscheinlich das stärkste Motiv für Luthers Thesen. Ein anderes erwuchs aus einer Bibelstelle, auf die er bei seinen Studien gestoßen war. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben, so schreibt Paulus im Römerbrief. Für Luther bedeutet das, der Mensch erlangt Gerechtigkeit, Erlösung von seinen Sünden, nur durch den Glauben, die Gnade Gottes, nicht aber durch sogenannte gute Werke, wie sie die katholische Kirche forderte, Spenden, Wallfahrten, Pilgerreisen, Seelenmessen, Stiftungen und so fort. Luther plante durchaus keinen Aufstand gegen die Kirche oder das Papsttum. Er wollte ursprünglich der Kirche nur helfen, sich von Missständen, Missbräuchen zu befreien und dadurch wieder überzeugender und stärker zu werden. In Rom sah man das allerdings anders. Man sah die gesamte Struktur, das Lehrgebäude und auch die materielle Basis der Kirche gefährdet. Und man war alarmiert über das Echo, das die 95 Thesen und die darauf folgenden Schriften in Deutschland auslösten. 1518 wurde ein Ketzerprozess eingeleitet. 1520 wird Luther unter Androhung des Kirchenbands aufgefordert, seine Thesen zu widerrufen. Diesen Brief verbrennt Luther vor den Toren von Wittenberg. Anfang 1521 wird dann der Bann über Luther verhängt. Traditionell folgte dem kirchlichen Bannfluch automatisch die Reichsacht, der Ausschluss des Betroffenen aus der Rechtsgemeinschaft. Das heißt, dass jeder ihn töten durfte oder gar sollte. Aber Luther war mittlerweile zur Figur auf dem politischen Schachbrett geworden. Die Fürsten, zumindest einige von ihnen, benutzten ihn, um sich der Autorität des Kaisers zu widersetzen. Sie beriefen sich auf einen Artikel in der Wahlkapitulation Karls V., dem Vertrag, den er vor seiner Wahl hatte unterschreiben müssen. Der Kaiser hatte versprochen, über keinen Deutschen die Reichsacht zu verhängen, ohne ihn vorher angehört zu haben. So kam es also zu der Szene vor dem Reichstag von Worms. Luther reißt bald darauf ab, und Karl hält sich an das gegebene Versprechen freien Geleits. Er wolle, soll er gesagt haben, nicht auch erröten müssen wie seinerzeit Kaiser Sigismund. Erst als auch die Fürsten, die sich hinter Luther gestellt hatten, Worms verlassen haben, spricht er die Reichsacht aus. Dieses sogenannte Wormser Edikt ist nie ausgeführt worden. Obwohl zum Beispiel Johann Tetzel und der Kardinal Albrecht von Brandenburg schon vorher den Tod Luthers gefordert hatten. Auf dessen Rückreise wurde auf Befehl seines Landesherrn, des Kurfürsten Friedrich des Weisen von Sachsen, eine Entführung inszeniert, von der Luther natürlich vorher unterrichtet worden war. Er wurde unter falscher Identität als Junker Jörg in die Kleider eines adeligen Laien gesteckt, ließ sich die Haare wachsen und einen Bart stehen. Wir würden heute sagen, er tauchte unter, wenn das Bild nicht so völlig unpassend wäre, denn er wurde auf die hochgelegene Wartburg über Eisenach gebracht. Ins Reich der Vögel, wie er selbst sagte. So war er vorläufig in Sicherheit. Indes scheint die Situation an seinen Nerven gezerrt zu haben, wie die Anekdote belegt, nach der ihm der Teufel erschienen sei und er ein Tintenfass, nach dem Gott sei bei uns, geworfen habe. Er nutzte die Abgeschiedenheit, um innerhalb von elf Wochen das Neue Testament ins Deutsche zu übersetzen, und zwar, das ist der entscheidende Punkt, nicht wie frühere Übersetzer aus der lateinischen Fassung der Septuaginta, die vom katholischen Klerus benutzt wurde, sondern aus dem griechischen Urtext, den Erasmus von Rotterdam im Jahr 1516 herausgegeben hatte. Ebenso benützte er später für seine Übersetzung des Alten Testaments den hebräischen Text. Als Übersetzer steht er also auf den Schultern der Humanisten. Als Sprachschöpfer aber geht er weit über sie hinaus. Er schrieb das Deutsche in seiner ostmitteldeutschen Form und die konnte, anders als frühere Übersetzungen der Bibel, im ganzen deutschen Sprachgebiet verstanden werden. Es hat sich, anfangs hauptsächlich wegen der weiten Verbreitung der lutherischen Bibel und seiner Kirchenlieder, in den nächsten Jahrhunderten als hochsprachliche Form des Deutschen durchgesetzt. Dazu trug entscheidend bei, dass Luther nicht wie ein Gelehrter schrieb, sondern wie er sagte, dem Volk aufs Maul schaute, also so formulierte, dass es jeder, auch der formal Ungebildete, verstehen konnte. Ein berühmtes Beispiel, das er in seinem Sendbrief vom Dolmetschen anführt, betrifft die Textstelle, die in wörtlicher Übersetzung lautet, aus dem Überfluss des Herzens spricht der Mund. Luther formulierte, wer's das Herz voll ist, des geht der Mund über. Während Luther auf der Wartburg saß, gerüchtweise schon totgesagt, wurde die Reformation durch das Wormser Edikt keineswegs eingedämmt oder gar rückgängig gemacht, sondern breitete sich aus, etablierte und formierte sich. Pfarrer bekannten sich zu der neuen Lehre, manche von ihnen heirateten, Mönche und Nonnen verließen ihre Klöster, alles unter der wohlwollenden Duldung von Territorialfürsten und Stadtoberigkeiten, von denen sich immer mehr selbst zu Luther bekannten. Stellenweise kam es zu einer Radikalisierung, die dem Reformator selbst unheimlich wurde. So als 1522 die Bilderstürmer unter Luthers früherem Kollegen und Mitkämpfer Karlstadt daran gingen, die Kirchen von allen Kunstwerken zu reinigen. Luther bezeichnete das als Schwarmgeisterei. Es veranlasste ihn, sein sicheres Versteck auf der Wartburg zu verlassen und die Sache in Wittenberg wieder selbst in die Hand zu nehmen. Aber warum unternahmen die katholischen Fürsten, warum unternahm der Kaiser nichts? Karl V. hatte noch im Jahre 1521 Deutschland wieder verlassen, um in Italien gegen Franz I. zu kämpfen, in Spanien für die Stärkung der Zentralmacht zu sorgen. Erst 1530 kehrte er zurück. Sein Bruder Ferdinand war zunächst damit befasst, sich in den habsburgischen Erblanden durchzusetzen. Auch dort fand Luther viele Anhänger. Später war Ferdinand mit Böhmen und dem Rest von Ungarn beschäftigt, der ihm nach dem Tod seines Schwagers zufiel. 1522 hielt Franz von Sickingen mit seinem Ritteraufstand und dem Ansinnen, alle geistlichen Fürstentümer abzuschaffen, vor allem die rheinischen Kurfürsten in Atem. 1524-25 suchte der Große Bauernkrieg weite Teile Süddeutschlands rein. 1529 kam es auf dem Reichstag von Speyer noch einmal zu einem Beschluss der katholischen Mehrheit, das Wormser Edikt jetzt durchzuführen. Dagegen protestierte eine Anzahl von Reichsfürsten und Städten, und dieser Protest gab der ganzen Bewegung ihren Namen. Im selben Jahr führten Luther und der Zürcher Reformator Huldrich Zwingli ein Religionsgespräch, konnten sich aber nicht über die Frage einigen, ob das Abendmahl Christus symbolisiert, Zwingli sagt das, oder tatsächlich vergegenwärtigt, wie Luther meinte. In der Stadt Schmalkalden in Thüringen verhandelten protestantische, oder, wie sie sich selbst nannten, evangelische Fürsten und Reichsstädte über ein Schutz- und Trutzbündnis, das 1531 zustande kam und sich Schmalkaldischer Bund nannte. Inzwischen ging die Entwicklung an der Basis weiter. Der evangelische Gottesdienst nimmt feste Formen an. Dazu schreibt Luther die Abhandlungen von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde und Formula Missae. Immer mehr Pfarrer heiraten. 1525 auch Luther. Das evangelische Pfarrhaus mit Pfarrers Gatten und Kindern wird gesellschaftliche Wirklichkeit. Die Landesfürsten erklärten sich zu Notbischöfen, d.h. zu Kirchenoberhäuptern auf ihrem Gebiet, so wie es heute noch die Königin von England für die Anglikaner ist. Philipp Melanchthon reformierte, zunächst in Sachsen, aber vorbildlich für andere protestantische Gebiete, die Universitäten und das Schulwesen. 1530, auf dem Reichstag von Augsburg, trägt er stellvertretend für den immer noch gebannten Luther die Grundlinien von dessen Glaubenslehre vor, die Confessio Augustana. Seither bezeichnet man die lutherische Form des Protestantismus im Unterschied zu denen der Schweizer Zwingli und Calvin als Augsburger Bekenntnis. Die Mehrheit des Reichstages lehnte wieder ab und forderte die Durchführung des Wormser Edikts. Aber es geschah nichts. Für die Fürsten und Reichsstädte hatte die Reformation auch eine politisch-finanzielle Seite. Sie konnten sich Klöster und Kirchengut auf ihrem Gebiet aneignen. Das brachte ihnen viel Geld, zum Teil riesigen Landbesitz und Machtzuwachs und war im Volk populär. Es ist zwar ein vulgär-rationalistischer Unfug, alle geistigen Bewegungen auf materielle Interessen zurückzuführen, aber in diesem Fall kann man wohl annehmen, dass die Aussicht, sich kirchlicher Reichtümer unter den Nagel zu reißen, der Frömmigkeit und Glaubenstreue vieler hoher Herren angenehm förderlich war. Der Kaiser konnte die Protestanten nicht einfach zwingen, auch wenn er die militärische Macht dazu hatte. Er brauchte ihre Hilfe, vor allem ihr Geld, um seine Kriege gegen Frankreich und die Türken führen zu können. Und die Protestanten konnten sich nicht einfach vom Kaiser lossagen, weil sie ihrerseits seinen Beistand brauchten. Sobald die Türken Wien erobert hätten, wäre es mit der Freiheit eines Christenmenschen in Deutschland nicht mehr weit her gewesen. Es scheint etwas abwegig, aber trotzdem ist es reizvoll, darüber nachzudenken, ob nicht Soliman der Prächtige durch seine eroberungssüchtige Aggressivität den Protestantismus und auf der anderen Seite das heilige römische Reich deutscher Nation erhalten hat. Zerrissen und uneinig, wie es war, war dieses Reich immer noch eine Notwendigkeit. Da man zu keiner Entscheidung kam, verfiel man darauf, das Problem zu vertagen. 1532, unter dem Eindruck eines türkischen Vorstoßes, fand sich der Kaiser zum Nürnberger Religionsfrieden bereit. Der bestimmte, dass jeder Reichsstand es auf seinem Gebiet so halten sollte wie bisher, wie er es vor Gott und kaiserlicher Majestät verantworten könne, und zwar so lange, bis ein allgemeines Kirchenkonzil einberufen wurde, das dann eine Lösung finden sollte. Der Kaiser hoffte, dieses Konzil innerhalb eines Jahres zustande zu bringen. Es war aber bekannt, dass Papst Clemens VII. nichts von der Idee eines Konzils hielt. Er befürchtete das Wiederaufleben der Konziliarenbewegung, nach der die Entscheidungen eines Konzils Vorrang vor denen des Papstes haben sollten. Auch hätte Frankreich ein solches Konzil boykottiert, wenn es auf Reichsgebiet oder im von Karl V. dominierten Italien stattfand. Tatsächlich kam das Konzil erst 1545 zustande, wurde vom Kaiser nach Trient einberufen, also auf Reichsgebiet, vom Papst aber alsbald nach Bologna in den Kirchenstaat verlegt, was den Protestanten den Vorwand lieferte, ihre Teilnahme zu verweigern. Auch nach einer Rückverlegung fand das Konzil von Trient bis 1563 ohne protestantische Beteiligung statt. Mit ihm beginnt die katholische Gegenreformation. Aber vorher hatte der Kaiser doch noch versucht, die Glaubenseinheit gewaltsam wiederherzustellen. 1547 kam es zur militärischen Auseinandersetzung. In der Schlacht bei Mühlberg wurden die Truppen des schmalkaldischen Bundes vernichtend geschlagen. Ein Bild Titians zeigt den Kaiser auf schwarzem Rappen mit gefällter Lanze vor flammendem Abendrot über das Schlachtfeld reitend. Im Jahr darauf dekretierte Karl in Augsburg das sogenannte Augsburger Interim, das den Protestanten den Laienkelch und die Ehe ihrer Geistlichen zugestand, im Übrigen aber an katholischen Formen wie den sieben Sakramenten, der Messe und der Heiligenverehrung festhielt. Eines war es, eine solche Verordnung zu erlassen, ein anderes, sie in den Städten und auf dem flachen Land durchzusetzen, jetzt, nachdem sich protestantisches Glaubensleben seit einem Vierteljahrhundert gefestigt hatte. Überall rührte sich Widerstand, besonders in Norddeutschland. Auch die Fürsten gaben sich trotz ihrer Niederlage nicht geschlagen, trafen sich zu geheimen Verhandlungen, bildeten eine Verschwörung und schlossen mit Karls ärgstem Feind, dem König von Frankreich, das war Heinrich II., denn Franz I. war 1547 gestorben, einen Vertrag, in dem sie ihm als Lohn für seine Hilfe die Reichsstädte Metz, Thule und Verdun als Reichsvikariat überantworteten, praktisch also abtraten. Der Anführer der Fürstenverschwörung, Moritz von Sachsen, stieß mit einem Heer nach Süddeutschland vor über Augsburg gegen Innsbruck, wo sich Karl V. aufhielt. Fast wäre es ihm gelungen, den Kaiser gefangen zu nehmen. Karl konnte gerade noch fliehen. Sein Bruder Ferdinand, von den Türken bedroht, brachte ihn dazu, Zugeständnisse zu machen. Im Passauer Vertrag verzichtete er 1552 darauf, das Augsburger Interim durchzusetzen. Dafür gaben die Fürsten ihre Verbindung mit Frankreich auf und sicherten Ferdinand Hilfe gegen die Türken zu. Karl seinerseits versuchte, Metz zurückzuerobern, aber die Belagerung scheiterte. Der Kaiser resignierte, zog sich nach Brüssel zurück, bereitete seine Abdankung vor. Die Einheit der Christenheit war nicht wiederherzustellen, Deutschland nicht in den Griff zu bekommen. Die Universalmonarchie war eine überlebte, unzeitgemäße Illusion. Seine großen Gegner waren tot, Luther 1546 gestorben, Franz I. ein Jahr später. Und doch ging die Reformation weiter, blieb der Druck auf die Westgrenze des Reiches bestehen. Auch die Türken waren nicht besiegt. In Rom saß mit Paul IV. ein erklärter Feind Spaniens auf dem Heiligen Stuhl. Betrachtete sich Karl V. als gescheitert? Mit 53 Jahren war er ein alter, kranker Mann. Seit Jahren litt er unter schmerzhaften Gichtanfällen, die ihn gezwungen hatten, seine Reisen zeitweise zu unterbrechen oder vom Pferd in eine Sänfte umzusteigen. Reisen, die ihn drei Jahrzehnte lang immer wieder durch ganz Europa geführt hatten. In seiner Rücktrittserklärung listete er sie sorgfältig auf. Neunmal nach Deutschland, sechsmal nach Spanien, siebenmal nach Italien, zehnmal in die Niederlande, viermal nach Frankreich im Krieg wie im Frieden, zweimal nach England und zweimal nach Afrika. Achtmal auf dem östlichen Meer zur See gefahren, dreimal auf dem westlichen, gemeint ist wohl der Atlantik. Reisen war damals auch für einen Kaiser kein Vergnügen, sondern eine arge Mühsal, Seereisen oft lebensgefährlich, wie die Katastrophe vor Algier im Jahre 1541 bewiesen hatte. Jedenfalls fühlte sich der Kaiser müde und überdrüssig. Er trat sozusagen ratenweise zurück. Auf dem Reichstag von Augsburg 1555 überließ er den Vorsitz seinem Bruder Ferdinand. Der vereinbarte mit den Ständen den Augsburger Religionsfrieden, ein Abkommen, das über 60 Jahre im Großen und Ganzen eingehalten wurde. Nach der Devise «Cuius regio, eius religio», wer das Land besitzt, der bestimmt die Religion, sollte jeder Reichsstand über das Bekenntnis seiner Untertanen entscheiden. Wer sich als Untertan einem solchen Gebot nicht fügen wollte, der solle die Möglichkeit haben, seinen Besitz zu verkaufen und auszuwandern. In Reichsstädten, wo beide Konfessionen vertreten waren, sollten sie einander dulden. Geistliche Fürsten, die zum Protestantismus übertraten, sollten Amt und weltlichen Besitz verlieren. Diese Bestimmungen galten allerdings nur für Katholiken und Lutheraner. Reformierte, Calvinisten und Zwinglianer, blieben ausgeschlossen, ebenso Sekten wie die Täufer oder die böhmischen Brüder. Gewissens- oder Religionsfreiheit in unserem Sinne war das noch keineswegs. Es war ein nach den Vorstellungen der Zeit für beide Seiten schmerzlicher, gerade noch vollziehbarer Kompromiss und zugleich etwas völlig Neues, dass zwei Konfessionen einigermaßen friedlich in einem Gemeinwesen nebeneinander und miteinander leben sollten. Im Oktober 1555 übergab Karl die Herrschaft über die Niederlande seinem Sohn Philipp, drei Monate später auch Spanien und die spanischen Besitzungen in Italien. 1556 seinem Bruder Ferdinand die Administratio Imperii. Der wurde dann 1558 von den Kurfürsten zum Kaiser gewählt, ein halbes Jahr vor Karls Tod. Seine letzten zwei Lebensjahre verbrachte Karl in einer noblen Einsiedelei in der spanischen Extremadura, in der Nähe des Hieronymitenklosters von Juste. Wir können wieder einmal einen spätromantischen Dichter, August von Platten, zitieren, der sich seine Ankunft wie folgt vorstellte. Der Pilgrim von St. Juste. Nacht ist's und Stürme sausen für und für, hispanische Mönche, schließt mir auf die Tür. Lasst hier mich ruhen, bis Glockenton mich weckt, der zum Gebet euch in die Kirche schreckt. Bereitet mir, was euer Haus vermag, ein Ordenskleid und einen Sarkophag. Gönnt mir die kleine Zelle, weiht mich ein, mehr als die Hälfte dieser Welt war mein. Das Haupt, das nun der Schere sich bequemt, mit mancher Krone war's bediademt. Die Schulter, die der Kutte nun sich bückt, hat kaiserlicher Hermelin geschmückt. Nun bin ich vor dem Tod den Toten gleich und fall in Trümmer wie das alte Reich. Platon war gewiss ein großer Lyriker. Trotzdem müssen wir anmerken, ganz so pathetisch war es nicht. Es war zwar ein einmaliger, noch nie dagewesener Vorgang, das ein Kaiser freiwillig abdankte, aber Karl zog keineswegs in eine kleine Zelle, sondern in ein für seine Verhaeltnisse bescheidenes, aber doch recht geraeumiges Landhaus in der Nähe des Klosters. Den Ort hatte er wahrscheinlich auf Anraten seiner Ärzte ausgewählt, weil das trockene Klima der Extremadura sich lindernd auf seine Gichtschmerzen auswirkte. Vielleicht suchte er auch die Gesellschaft gebildeter Patris und er war schliesslich ein frommer Mann, die Gelegenheit zu Gebet und Kontemplation. Allerdings brachte es die Ärzte zur Verzweiflung, dass er nicht von seiner Gewohnheit abließ, üppige Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Für sein Wohl sorgte ein kleiner Hofstaat von etwa 50 Personen. Im Haus befand sich eine erlesene Bibliothek mit den Lieblingsbuechern des Kaisers. Besonders gern soll er sich mit der Sammlung von Räderuhren beschäftigt haben, die er in frueheren Jahren zusammengestellt und nun mit hierher gebracht hatte. Einer nicht verbuergten Anekdote zufolge versuchte er die Uhren so einzustellen, dass alle genau die gleiche Zeit anzeigten. Vergeblich. Hier ein Auszug aus seiner Abdankungserklärung. Vor vierzig Jahren, am selben Ort am Vorabend des Dreikönigstages, hat mich der Kaiser, mein Großvater, für volljährig erklärt. Dann wurde ich König von Spanien, dann selbst Kaiser, nicht um persönliche Macht zu vergrößern, sondern im Ringen um das Wohl dieser Länder. Ich habe darum viel beschwerliche Reisen machen, viel beschwerliche Kriege führen müssen, aber niemals mutwillig, sondern stets sehr gegen meinen Willen als Angegriffener. Große Hoffnungen hatte ich, nur wenige haben sich erfuellt und nur wenige bleiben mir. Und um den Preis welcher Mühen? Das hat mich schließlich müde und krank gemacht. Ihr wisst alle, wie sehr. Ich habe alle Wirrnisse nach Menschenmöglichkeit bis heute ertragen, damit niemand sagen könnte, ich sei fahnenflüchtig geworden. Aber jetzt wäre es unverantwortlich, die Niederlegung noch länger hinaus zu zögern. Glaubt nicht, dass ich mich irgend Mühen und Gefahren entziehen will. Meine Kräfte reichen einfach nicht mehr hin. Vertraut meinem Sohn, wie er euch vertraut. Seid einig, übt stets Gerechtigkeit und lasset den Unglauben nicht in eure Reihen. Was mich betrifft, ich weiß, dass ich viele Fehler begangen habe, große Fehler, erst wegen meiner Jugend, dann wegen des menschlichen Irrens und wegen meiner Leidenschaften und schließlich aus Müdigkeit. Aber bewusst habe ich niemandem Unrecht getan, wer es auch sei. Sollte dennoch Unrecht entstanden sein, geschah es ohne mein Wissen und nur aus Unvermögen. Ich bedauere es öffentlich und bitte jeden, den ich gekränkt haben könnte, um sein Verzwein.